servus und hallo zu liberated ein angespielt im twitch live stream mit dabei ist auch der hasen redstone hier der ist auch schon gespannt was das ist ja warum spiele das wenn ihr nicht weiß was ist es ist eins dieser spiele dass man in irgendeinem steam sei mal für parken gekauft habe weil es mir alles spannend gefunden habe und ja jetzt habe ich mal zeit dass es anspielen also wenn es wenn es man gar nicht gefällt dann bleibt bei dem angespielt wenn es ganz cool findet vielleicht ein reguläres let's jetzt aber genug mit die quatsche und youtube anmoderation und im spiel wird die maus nicht unterstützt stelle grap fest nur gut neues spiel okay jeder der meine meine let's play es kennt um meine skills kennt und so weiß natürlich dass ich auf leser spiele ja auch ein kurzschluss servus dass du wieder mal da bist du dich gibt es nur das sehr schön hallo freut mich freut mich sehr dass du vorbeischaust ich kann ja zum spiel nicht sagen ich kenne es überhaupt nicht ich weiß dass es ein ja quasi spielbarer comic ist vielleicht gibt es noch eine runde planet coaster weiß ich noch nicht jochen alles klar bei dir wie geht es dir schon ewig nichts mehr gehört machst du noch deine musik und muss hier jetzt mal kurz so ein bisschen auf spiel was hier zu tun ist ja ich kann hier irgendwas machen es gibt auch keine controls und sowohl also was sie machen soll ich kann ich kann es gelb drücken das ist es gibt keine controls ich bin gerade so er sieht interessant aus ich weiß nur nicht was ich machen muss hallo ich hämmer hier wie blöd auf die tastatur ein es tut sie nix ja ich habe alle alle schon durch leertaste enter return shift will jetzt gerade nicht google kann man bitte irgend maus geht doch klicken rechte maustaste ok alles klar hier wird es angezeigt ja gut ich kann mir jetzt durch das comic klicken aber ich hätte schon gern irgendwie ihr spiel also ja gut das soll jetzt vielleicht sowas wie intro sein ja ok level 1 ok ah jetzt verwende wie es ja ich gehe gleich weiter wie gesagt twitch livestream ist ja natürlich will mit die mit die leute hier reden und quatschen sorry trotzdem ohne ja mache ich noch musste aus privaten mal pause sonst alles wie immer das erzähle ich dir mal alles klar ähm ja du brauchst nicht dafür entschuldigen dass du hier länger nicht reingeschaut hast mich freut dass du wieder da bist und ja gerne wenn ich mal im disco bin können wir gerne mal quatschen klar dass du das hier so ähm verwende WASD um zu laufen maus rechte maustaste ja schokolade ist immer gut okay ich kann also okay ich kann also GASD geht schon mal nicht maustaste ziel erreiche den zug ehe er abfährt ach da hinten bin ich okay drücke Space um zu springen sehr gut okay ein Sidescroller Jump and Run äh äh es ey warum es warum geht jetzt springen schon wieder nimmer hallo das ganze auch nur auf Zeit eh 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 oh na komm echt jetzt das ist wieder eins dieser Spiele wo ich ja hab ich ja drücke das weiß ich doch oh Gott E na S oh Gott äh Chat ich lese euch gleich wieder ist nur gerade so ein bisschen ein kleines bisschen stressig 14 Sekunden das schaffe das schaffe vielleicht und E hui ist das eine Hektik so aber ich muss sagen erster Eindruck war so äh da geht nix ich find's aber cool also ich find's tatsächlich cool ich ich find's schön dass ihr da seid natürlich muss ich an dieser Stelle wie immer man kennt es ein bisschen Werbung machen sorry und zwar wenn ihr euch denkt oh was macht denn ihr für den Schmarrn das gefällt mir überhaupt nicht dann schaut bitte mal hier vorbei es sind lauter nette tolle Menschen die euch dann vielleicht besser zu sagen so jetzt aber Schluss mit Werbung äh hier noch da kann man was machen so ähm ich klicke mich hier mal wieder durch Ziel verlasse die Bahnstation okay äh S warum immer S das ist total unintuitiv äh die oh Gott echt jetzt ich bin doch die am Dauerdrücken Vorsicht du kannst an Bewaffneten vorbeilaufen du kannst nicht an Bewaffneten vorbeilaufen warum nicht wer ist denn jetzt hier bewaffnet hm hm attention all citizens this saturday marks the anniversary of the st marthas school tragedy join us in honoring the loss of our loved ones ja äh Hasenredstone das ähm sind einfach Leute die ich selber sehr gerne schau sowohl auf Twitch als auch auf YouTube ähm und ich würde euch einfach immer gerne empfehlen deswegen haue ich die ab und zu mal raus memorial services beginnt at 12 pm trains will run every 10 minutes throughout also für mich ich weiß nicht die Dialoge sind ein bisschen ein bisschen laut die mache ich jetzt auch nur ein bisschen leiser soll ja keinem hier die Ohren wegfliegen ähm okay ich muss okay es ist ich finde das Konzept schon ziemlich cool so mit spielbarer Comic und so soziale Verweigerung kennt irgendwer das Buch äh Schöne neue Welt von George Orwell oder ähm na schmarrn Schöne neue Welt George Orwell was erzähl ihm für eine Scheiße Schöne neue Welt von Adolius Taxi Megagut unbedingt lesen und natürlich 1984 das von George Orwell das erinnert mich gerade zuvor okay äh an Orten mit Q markiert so kannst du vor gegnerem verstecken okay Q ich will mich nicht verstecken halte Shift gedrückt um zu schleichen okay Lärm ist mir jetzt erstmal wurscht oh scheiße jetzt jetzt können wir mal wen umbringen ah shit vielen Dank vielen Dank Hasen Redstone vielen Dank ich hab's jetzt hab ich's ja kapiert ich muss da hier hinter scheiße ich muss vorne an der Treppe stehen bleiben für alle die jetzt äh ich bin wie war lautlos töten nochmal was hat er vorher gesagt jetzt lesen soll ich hab's einfach weitergeguckt ich hab jetzt nicht so so die sie stirbt ziemlich oft ok dann schaut er hier dann laufe ich einfach mal weg ok haben wir die Szene shit dreht sich der einfach um objektiv reach your apartment before the police don't get caught da hier hinter und jetzt schauen wir mal ob wir den um die Ecke bringen können wann dreht denn der um ich warte jetzt einfach mal der dreht bestimmt dann wieder um auch nicht shit der dreht sich um wenn er mich hört ok es nervt dass er das so ich bleib jetzt hier und warte bis er vorbei ist trinken wir ein Schlückchen Kaffee ne ja Chat ist schon okay ja ist vollkommen ok ich freue mich über jeden der zuschaut und wenn wer nur zuschaut ohne schreiben will sondern nur mal ha stirb stirb wunderbar soll man den irgendwie verstecken nein verstecken nur ich ok sorry für den kurzen schnitt ich sagte nur da liegt ein toter polizist rum und total unauffällig an alle anwesenden im chat habt ihr eventuell auch bock auf pläne coaster wenn die wenn die spielt dann keine ahnung ich spiele schon ein bisschen aber oder seid ihr hier nur liberate dann spielt das natürlich auch ein bisschen ich finde es tatsächlich im moment noch ganz cool was verschlüsselte deine dateien ok das bekomme hin ja ja dann spielen wir nach einer runde pläne coaster aber hier würde ich tatsächlich ganz gern nur ein bisschen weiterspielen weil ich finde das spiel unglaublich cool an alle youtube zuschauer es wird mit sicherheit ein let's play werden es bleibt nicht bei dem angespielt ich weiß nur nicht wann die videos kommen werden im moment habe ich viel content und heute ist so rein infomäßig der 25 januar oh der hasen redstone das ist sehr nett und jochen kurzschluss ja natürlich aber ich spiele ja auch ich spiele jetzt nicht was wo ich sagen es gibt mehr video oder so das mache ich nicht ich spiele das wo ich jetzt im moment gerade bock drauf habe und da ich halt nicht ewig machen möchte weglaufen ah ah da aber auch noch bock auf wenn ich coaster habe ich mal gefragt ob ihr da auch Bock drauf habt was muss ich machen es oh Gott scheiße wie tot errungenschaft fachlar oder so vielleicht sollte weglaufen shit hätte mir ergeben können ich finde den grafikstil cool das mit dem comic dingens finde mega cool scheiße bin tot bin tot bin tot ich lese ich lese ich lese sofort wieder bin nur gerade Ich bin ein bisschen gestresst. Ja, hat irgendwie was. Ja, man kennt es. Wir spielen im Sale, schauen cool aus, kauft man sich und dann ist die letzte Grütze. Aber hier, ich glaube das ist so ein Zwischendurchspiel, das ist ja ab und zu mal zwischendurchspiel. So. Ja, was wir gewiesen, wenn die Hände hoch gemacht hätten. Ok, wir bekommen eins vor den Latz. 72 Stunden später. Ok, mal drei Tage festgehalten. Was ich auch cool finde, sind die deutschen Bildschirmtexte. Wäre natürlich cool, wenn das Spiel komplett übersetzt worden wäre, aber gut. Zumindest deutsche Texte. Ja, klar. Aber es gibt halt trotzdem viele Spiele, die es... halt nett machen. No posts on social media, no photos, no girlfriend or boyfriend, no friends at all. Does that seem normal to you Mr. Edwards? Ja. Erinnert sich irgendwer an Matrix, an den Film, an den ersten... schon ein, zwei Tage alt, aber das erinnert mich gerade so an das Verhör vom Neo. Höfliche Antwort. Ja komm, jetzt sind wir mal höflich weglaufen. Höfliche Antwort. Ja komm, bleiben wir mal hier. Höfliche Antwort. Ja komm, bleiben wir mal hier. Das ist ja eine gute Sache. Also mir die ganze Zeit fragt... Und es gibt Leute wie dich, Troublemaker, Malkontenzen, kanzlerische Gründe, die metastasitiert und verraten die Gesellschaft von innen. Glück für dich, Herr Edwards. Wir verlassen dich. Aber du bist auf gebrauchtem Zeit. Was haben wir mir überhaupt angestellt? Was haben wir mir angestellt? Aber ich würde sagen... Gibt es denn keine Help? Nein, es gibt nichts im Menü. Irgendwie. So, aber mit den netten Worten von Hasen Redstone und so. Und mit der Frage, was haben wir mir überhaupt angestellt? Verabschiede ich mich für die erste Folge jetzt tatsächlich. Es wird nicht als Angespiel kommen. Auch wenn ihr gesagt habt... Hey, willkommen zum Angespielen. Aber mir macht das Spiel echt Spaß. Ich finde es spannend. Ich weiß noch nicht, wie oft das ihr spielt. Wann die nächste Folge, wann ihr die aufnehmen. Ich weiß noch überhaupt nicht, wann ihr das seht. Ich sage jedenfalls... Danke fürs Ansehen. Schreibt mir mal gerne, was ihr davon haltet. Ich finde es mega spannend. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal... Tschüss.